Die goldene Generation Belgiens kommt in die Jahre, viele von ihnen sind nicht mehr mit dabei und so gesehen ist es für diese verbliebenen Spieler vielleicht die letzte Chance einen Titel zu holen. Dementsprechend groß sollte die Motivation sein. Sollte. Dafür gilt es aber ein Debakel wie bei der Weltmeisterschaft zu vermeiden und zusätzlich ist Belgien gerade in einer Art Umbruch. Trotzdem ist man aktuell unter Trainer Tedesco ungeschlagen. Es liegt an jedem einzelnen Spieler und dem Trainer alles zu geben, damit die Gegner nicht im Weg stehen. Ich denke auch, dass das Fehlen von Courtois nicht so sehr ins Gewicht fallen wird. Auch wenn mit ihm natürlich ein Weltklasse-Keeper fehlt. Die Gegner sind zum einen die Ukraine. Die haben natürlich mit dem Konflikt im eigenen Land einen großen Extra-Motivationsschub und werden sich voll reinhauen. Wie das aber zu ihrem eigentlich eher vorsichtigem Spiel passt, ist fraglich. Sie bekommen auf jeden Fall viele Gegentore, trotz des vorsichtigen Spiels. Allerdings haben sie auch große Comeback-Qualitäten bewiesen. Für Belgien würde es wohl nicht reichen, für die anderen Gegner aber wohl schon. Slowakei, die kann unangenehm sein. Aber gegen Top-Teams sieht es eher düster aus. Gegen die anderen Teams, die mit ihnen um Platz 2 und 3 konkurrieren, könnte es reichen. Zumindest für Platz 3, aber nicht viel mehr. Dafür fehlt einfach zu viel. Was Rumänien hauptsächlich fehlt, ist Turniererfahrung und große Namen. In der Defensive steht man stark, aber offensiv sieht das sehr dünn aus. Rumänien kann als Außenseiter der Gruppe eigentlich nur überraschen. Aber dafür muss dreimal eine große Leistung her. Am Ende wird es, denke ich, so aussehen. Belgien wird sein Turnier mit einem 3 zu 0 über die Slowakei eröffnen. Und die Ukraine wird sich nach langem Defensivkampf gegen Rumänien mit 2 zu 1 durchsetzen. Die Slowakei und die Ukraine trennen sich dann unentschieden 1 zu 1. Belgien wird Rumänien biegen. Die Slowakei schlägt im Spiel um die letzte Chance Rumänien mit 2 zu 0. Und die Ukraine und Belgien trennen sich zum Ende schließlich mit einem 2 zu 2. Bedeutet, Belgien wird mit 7 Punkten Tabellen erster. Die Ukraine mit 5 Punkten zweiter. Die Slowakei mit sehr guten Aufstiegschancen und 4 Punkten wird auf Platz 3 liegen. Und auch wenn ich mir vorstellen kann, dass Rumänien sehr kämpfen wird, wird es wohl nicht zu einem Punkt reichen. Die Slowakei mit 5 Punkten